Die Nassrasur, Revolution von Remington. Der neue Nassrasierer Lectroblade mit Schwingmotor und vibrierenden Doppelklingen. Wenn Sie nicht die gründlichste, glatteste, bequemste Rasur haben, erhalten Sie Ihr Geld zurück. Remington Lectroblade, der automatische Nassrasierer. Ich nehme Kombucha schon ewig und fühle mich absolut spitze. Von Bayer entwickelt für empfindliche Haut. Satine. Satine Schönheitspflege mit Visagolol und Panthenol. Die Haut wird spürbar schöner und bleibt medizinisch gesund. Satine. Satine Schönheitspflege für empfindliche Haut. Wenn Sie sich nicht richtig wohlfühlen in Ihrer Haut, dann liegt es oft daran, dass Sie Wolle oder feine Sachen falsch gewaschen haben. Deshalb gibt es jetzt das neue Sansow Flüssig. Es pflegt Wolle und die feinen Sachen. Sein Pflegebalsam schützt jede empfindliche Faser beim Waschen. Damit bleibt Wolle wollig und feines Fein. Das neue Sansow Flüssig. Pflege, die Sie fühlen können. M&M´s, leckere Milchschokolade, super knusprig und bunt umhüllt. Und M&M´s Milchschokolade mit Erdnüssen. M&M´s, das M&M´s Feeling. Milchschokolade schmilzt im Mund. Nicht in der Hand. Echter Krabberspaß. M&M´s, holen Sie das M&M´s. M&M´s mit Milchschokolade oder mit Milchschokolade und Erdnüssen. M&M´s, die Milchschokolade. M&M´s, die Milchschokolade. M&M´s, die Milchschokolade. M&M´s, die Milchschokolade. Immer wenn ich Sie sehe, kaufen Sie Hühnchen. M&M´s, das war neulich wach, dann clean ich. Regt das Dich auf? Ja. Ich auch. Und jetzt stoppen Sie. Neuneinhalb Wochen, liebe Zuschauer. Ein Film, ein erotischer Film, den man wirklich gesehen haben muss. Sie können das am Samstag, am kommenden Samstag um 23 Uhr hier bei RTL Plus. Aber wir gehen nicht nur am Samstag ins Kino, wir gehen auch heute am Dienstag ins Kino und laden Sie ein zu unserem Spätfilm. Heute Abend ist das ein kanadischer Actionfilm, bei dem es wirklich hart zur Sache geht. Denn im Mittelpunkt, das garantiere ich Ihnen, stehen Mord, es stehen Erpressung und es steht blutige Rache, die Killing Machine liegt. Untertitelung des ZDF, 2020